Ho, ho, ho ihr Ficker. Heute kam ein Paket von meinem Wichtel an, wo ihr es vielleicht schon hier erkennen konntet. Mein Wichtel ist die Frau Zimmi und sie war natürlich so nett und hat mir was vom Heino und Freiwild Fanshop bestellt, weil sie doch weiß, ich liebe Freiwild und Heino. Und da hat das Paket von mir einen richtig kurzen Weg gehabt, weil der Freiwild Fanshop ist bei mir quasi um die Ecke beim Nixgut. Und damit ihr es mal wisst. Ich bin natürlich jetzt saumäßig gespannt, was in diesem Paket drin ist. Und was es ist, seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. So, Messer habe ich mir besorgt. Wir packen nun das Ganze gemütlich aus und schauen, was da drin ist. Ich bin echt gespannt, wie ein Flitzebogen. Read me first, then open gifts. Also, then read me first. Mein Englisch ist, wie wir das da nicht sagen, mein Englisch ist under all pick. I think my pick whistles, ja. So. Billimanfurtze Arsch. Oh, wie geil. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Schon mal ganz cool. Lieber Bambi, auf diesem Weg wünsche ich dir und deiner Göttergattin, in Klammern auf, Regierung als Liebe zu Weihnachten. Weihnachten stinkt, ja. Das wusste auch wieso. Darum bekommst du neben dem echten Richtel auch ein paar richtig schöne Highlights. Bleibst du, wie du bist. Punks, not that. A, C, A, B. Ho, ho, ho. Also, ho als ho geschrieben. Das finde ich richtig klasse. Deine Simi, Couscous. Vielen Dank, Simi, für diese kleine Karte mit diesem schönen Spruch. Danke, dass du auch nicht gedacht hast mit dem Pimmelmannfurtze. Wir alle lieben, Pimmelmannfurtze Arsch. Jetzt bin ich noch viel mehr gespannt, was denn da drin ist. Auf jeden Fall schon mal Verpackungsmaterial. Genial, sie hat es im Winnie-Pum eingepackt. Wie genial. Und Prinzessin Lillifee. Wie genial, wie genial. Oh, das wird ja immer besser. Das wird immer besser. So. So, was haben wir denn hier? Oh. Etwas sehr Wertvolles sehe ich jetzt schon. Auf dieser ersten Schachtel, die ich ausgepackt habe, steht nämlich Swarovski Crystal. Was befindet sich darin? Ein Nähfaden. Und ein Nähfaden. Oh, wie ein Klassiker. Genial. Könnte von mir sein. Könnte von mir sein. So, dann öffnen wir doch gleich das nächste Päckchen. Hier, Prinzessin Lillifee-Päckchen. So. Was haben wir hier drin? Klasse. Oh, das ist schon typisch Simi. Oh, klasse, klasse, klasse. Teste mich, du geile Sau. Oh, ja, guuuuut. Ein Lippenstift. Ich glaube, der wäre ich doch so ein Letzt-Test machen müssen. Allein, um diesen Witz aufrechtzuerhalten. Oh, ja, guuuuut. Ich habe doch Flugzeugmodus an. Oh, verflucht. So, dann. Das finde ich sehr, sehr süß. Sie hat an meinen Buddy und meine Amy gedacht. Ich habe ja zwei Katzen. Vielen Dank dafür. Die werden sich bestimmt darüber freuen. So, was haben wir hier noch? Einen gelben Puffschwan. Passend dazu auch einen roten. Dämlich, aber gut. Klassisch. Echt gut. Also bisher finde ich das echt funny. So. Das nächste Prinzessin-Lillifee, glaube ich, ist mit Liebe verpackt. Wird natürlich nun auch geöffnet. Du bist so dämlich. Du bist so dämlich. Eine Oma unter Hose. Allerdings nicht ganz passend wahrscheinlich. Ich kann nicht mehr... Geschenk von meiner Oma. Sie ist dein größter Fan. Oh, es tut mir leid. Ich bin sehr glücklich. Wir kommen jetzt zum nächsten. Im Mini-Poo. Göttlich. Ich kann nicht mehr. Was haben wir hier? Tut mir leid. Das ist nur so lustig. So. Eine kleine Uhr mit einer Schnecke da drauf. Lustig. Wunderbar. Die Zimmi. Oh, da ist schon noch was drin. Hier ist was von der Zimmi. Ach, die Anleitung von davon. Okay. Sonst ist jetzt dieses Ding leer. Meine Oma ist der größte Fan. So, kommen wir nun zum nächsten. In dieser schönen weihnachtlichen Verpackung. Hoffentlich nicht von der Oma. Hoffentlich ist eigentlich der Schlüpfer nicht getragen gewesen. Sondern frisch. Das ist ein bisschen eklig. So, kommen wir nun zum nächsten. Nerd Eiswürfelformen in Eins und Nullen. In Binärcode. Richtig cool. Sehr passend. Vielen Dank dafür. Wird bestimmt im nächsten Sommer ein Hit bei uns. Und wird bestimmt benutzt. Cool. Montagmorgen. Nichts für Feiglinge. Eine weitere Postkarte für mich. Cool. So, kommen wir nun hier wieder in einem Winnie-Pooh verpackten. Etwas flacheren. Was könnte hier noch drin sein? So. Zimi, zimi, zimi. Soll ich die jemals ziehe, lösch auch so eine Lache. Und hier haben wir etwas von Minecraft. Ich glaube, es sieht entweder das dicke oder das Füße nach Magnetheft an. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Spiegel nicht zu heftig. Das sieht so nach Magnet. Klebernd aus. Recreate a level from the classic game. Oder kann man da so... Nee, das ist Lemmings. Nicht Minecraft. Lemmings. Jetzt erkenne ich es. Lemmings, wie geil. Also ich würde es behaupten, das ist so ein Magnet-Ding. Ich kann es jetzt hier nicht genau erkennen. Und dann kann man hier auch zurück sein, dass ich so ein eigenes Level nachbauen von Lemmings. War ein cooles Spiel. Ich hatte es nie, wo ich das damals gespielt habe, war ich noch ziemlich klein. Nicht ganz kapiert. Heutzutage spiele ich es doch gern mal so zwischendurch. So auf dem Handy heutzutage. Echt? Nur leider habe ich keinen Magnetischen Kühlschrank. Kommt vielleicht auf Arbeit bei mir. Doch, das ist für einen Magnetischen Kühlschrank. Hier sehe ich das in einem Kühlschrank. Ja, vielleicht tue ich es auf Arbeit aufhängen. Kommt bestimmt cool. Vielen Dank hierfür. Zum Glück keine zweite Unterhose. So. Kommen wir nun zu dem vorerstletzten. Sehr gut verpackt, liebe Simi. Also mit Klebeband hat sie nicht gespart. Ich bekomme es nämlich kaum auf. Und was haben wir hier? Okay. Riven Zombie Apocalypse. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es ist ein Lufterfrische fürs Auto. Müsste es sein. Sieht ja richtig geil aus. Also das hat was. Cool. Smell hier. Riecht nach Tod. Also ähnlich so wie Simi untenrum. Aber macht ja nichts. Und zu guter Letzt hat Simi noch ein Poster hinzugetan. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Mir ist mein Akku leergegangen von meiner Kamera. Tut mir leid. Ich war jetzt hier dabei, das Letzte zu zeigen. Und zwar habe ich noch ein Poster von Watch Dogs von der Simi bekommen. Beidseitig. Das wird dann in mein neues Arbeitszimmer, sobald es fertig gerichtet ist, hineinkommen. Und das war nun also mein Wichtelpaket. Simi, ich danke dir für diesen zum Teil der Kühlschrank. Das ist eine total lustige Sache. Für diesen Lacher am Morgen. Weil ich jetzt das Morgen wieder auspacke. Deine Oma sagt ihr eine liebe Grüße. Dankeschön. Und das andere Zeugs wird sicher bestimmt Verwendung finden. Ich bedanke mich auch bei unserem Killer Daniel, der das Ganze dieses Jahr in Angriff genommen hat. Nachdem ich das letzte Jahr gemacht hatte. Ich bin gespannt, was so die anderen Wichtel auspacken. Und was die zum Teil denken oder wie sie sich freuen. Ansonsten wünsche ich jetzt hier allen, die hier zugucken, noch schöne Feiertage. Und vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr wieder zum nächsten Wichtelpaket. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.